Musik Herzlich Willkommen in der Bäckerei Gübeli in St. Stephan. 2009 übernahm unser junges Unternehmen diese Bäckerei Konditorei, die zuvor in 100-jähriger Familientradition geführt wurde. Unsere Produkte werden mit viel Liebe von Hand hergestellt. Und auch der Chef arbeitet persönlich in der Backstube. Soweit möglich verwenden wir nur regionale Rohstoffe. Für unsere Butterblätterteigprodukte oder Gipfeli verarbeiten wir beste Schweizer Butter. Der Gipfeli-Teig darf über einen Tag ruhen, damit sich Aroma und Knusprigkeit so richtig entfalten können. Musik Unsere Cremeschnitten sind weit herum bekannt. Täglich wird die Creme mit einheimischer Milch frisch abgekocht und mit echter Bourbon-Vanille verfeinert. Der karamellisierte Butterblätterteig bildet das Tüpfchen auf dem I. Musik All unsere Schonky-Spezialitäten produzieren wir nur mit bester Grand-Cru-Kouvertüre aus edelstem Kakao. Musik Gerne bringen wir unsere Produkte auch zu Ihnen. Ob Hotel, Restaurant oder Firma. Täglich liefern wir Ihnen nur das Beste. Musik In unserem Geschäft finden Sie nebst herrlich duftenden Backwaren auch alles für den täglichen Gebrauch. Um die Zukunft unseres Handwerks zu sichern, investieren wir in die Jugend und bilden mit großer Motivation Lernende aus. Musik Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei und lassen Sie sich von unseren Köstlichkeiten verführen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020